Ja, schönes Ding. Schönes Ding? Das ist das schönste Auto der Welt. Kann sein, ja. Wenn ich könnte, würde ich das Auto heiraten. Hau mir hier aber keinen Kratzer rein, sag ich dir. Wollen wir eine Runde drehen oder was? Sind deine Klamotten dreckig? Die. Warst du heute im Schweinestall? Warum sollte ich denn im Schweinestall gewesen sein? Nasse Schuhe oder was? Nein, warum?